Also ich muss sagen, das hat mich wirklich beeindruckt. Ich bin ja mit einem Anliegen gekommen, habe das vorgestellt in der Gruppe und dann haben 20 Leute, ich sage jetzt mal den Kopf zerbrochen, geschulte Menschen, die von Organisationsentwicklung auch tatsächlich Ahnung haben und haben mir dann letztendlich Lösungsvorschläge auf einem Flipchart geliefert. Und ich alleine wäre niemals auf so viele Veränderungs- oder eben auch nicht Veränderungsideen gekommen. Das ist ein richtiges Geschenk, ein richtiger Schatz, den man da mitnimmt, weil man von alleine auf diese Ideen nie käme. Also es macht richtig Spaß, diese offene Arbeitsatmosphäre zu erleben und wirklich anhand von Live-Beispielen eigene Ideen einbringen zu können, über Organisationen, die an verschiedenen Entwicklungspunkten stehen, zu diskutieren und eben dann auch an Lösungen zu arbeiten. Und das finde ich inspiriert ungemein und man kann auch ganz viel für die eigene Arbeit wieder mit nach Hause nehmen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!